UNTERTITELUNG Je näher du dem Tod bist, desto lebendiger fühlst du dich. Du bist doch James. Ja. Wer ist das? Das ist Nicky Lauder. Ferrari hat ihn unter Vertrag. Diesen Nobody? Sie schleichen ja genauso wie mein Großvater. Warum sollte ich schnell fahren? Weil ich Sie darum bitte. Das ist ein unglaublicher Kampf zwischen diesen beiden Spetzenfahrern. Beim nächsten Rennen hab ich dich. Vergiss es. Du tanzt auf zu vielen Partys. Dafür lieben dich alle. Schnelligkeit allein. Mach dich nicht zum Feldmeister. Du musst fest daran glauben. Ich kann ihn schlagen, glaubt mir das. Er fährt konstant von Rennen zu Rennen. Riskiert er auch sein Leben, wenn's wirklich drauf ankommt? Willkommen zum wichtigsten Rennen des Jahres. Lass es sein! Ich fühle mich verantwortlich für das Geschehen. Wenn ich sehe, wie du rennen quinkst, während ich um mein Leben kämpfe, dann bist du auch für meine Rückkehr in die Formel 1 verantwortlich. 42 Tage nach dem furchtbaren Trash ist Nicky Lauder heute wieder am Start. Stärker als die Angst vor dem Tod ist der Wille zum Sieg. was da war. 4 Tage nach dem Zussendriss 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020